so leute hallo und herzlich willkommen zum dritten teil für die addons und meine meinung dazu mein senf ich zeige euch ein bisschen heute werden wir mesh machine machen die machine transportation und mask tool was auch sehr cool ist und fangen wir gleich mal an mit mesh machine ich habe hier so ein ja mal so eine box die ich gemacht habe box cutter sollte man ja nicht verlernen und wir können jetzt hier einfach mal die entsprechenden flächen anwählen und schauen wir uns an was man schon zu bieten hat und zwar wofür es ganz bekannt ist das an bevel also das rückgängig machen eines bevels und so haben wir das jetzt hier ja das funktioniert immer recht gut das schwierige bei mesh machine ist immer die selektion hier macht das ganze sinn ja dass die die flächen waren auf jeden fall jetzt alles vierecke da gibt es einfach ein paar parameter auf die man achten muss es darf dann auch nicht direkt an den endgarten anstoßen und so weiter so sachen also es ist wirklich nicht ganz einfach und man muss sich tatsächlich sehr damit beschäftigen und das ist ein grund warum ich dieses tool auch momentan sehr wenig verwende und mich auch noch nicht perfekt darin auskenne weil es ganz einfach nicht so einfach ist also wir haben views es gibt im endeffekt jede menge möglichkeiten eben ein bevel zu erzeugen und den zu bearbeiten man kann nachher auch die weite also den winkel noch anpassen und weiß nicht schauen wir mal an hier machen wir noch mal ein bevel das ganze läuft jetzt hier ein bisschen langsam bei mir und dann sagen wir noch mal y und sagen die weite ändern und hier sagt jetzt schon geht nicht weil es kein champfer ist so mal das ganze jetzt rückgängig machen und jetzt machen wir noch mal ein bevel und sagen jetzt hier sowas dass wir ein champfer also champfer ist ein bevel wo quasi nur auf der nur auf 45 grad geht so probieren das ganze noch mal sagen wir y und sagen change die weite und jetzt funktioniert das ganze wie gesagt bei mir gerade ein bisschen rückgängig irgendwas belastet das system und das sind ebenso diese speziellen sachen die man mit mesh machine sehr effizient machen kann schon mal weiter wir können das ganze rückgängig machen also wir können an champfer sagen dann wird das ganze wieder aufgelöst können jetzt hier sagen ob diese kante hart gesetzt werden soll also hartes shading können wir mit mit s sagen und dann das ganze bestätigen diese sachen also wie gesagt bevel hinzufügen einen bevel rückgängig machen und schauen was wir noch hinkriegen und zwar schauen hier ob das funktioniert wenn wir das nehmen y und sagen anpack dann dauert ein bisschen dann seht ihr ist in der lage hier diese den abstand zwischen den vertex punkten neu einzustellen und das kann auch recht interessante formen annehmen die man vielleicht sogar will hauptsächlich ist aber dafür gedacht ihr kennt das beim bevel wenn diese sachen sich so überkreuzen die vertex punkte dann kann man damit eben mit diesem tool entspannung reinbringen und deswegen heißt das ding halt anpack weil es halt einen haufen mist in was fetziges verwandeln soll so dass man das loops gut sind teilweise standard sachen mit drin die normal in loop tools auch drin sind offset ist auch ziemlich cool schauen wir sich das mal in einem anderen blend file an nehmen wir das hier da habe ich schon mal ein paar videos dazu gemacht aber jetzt geht es ja speziell darum was kann ich mit diesem tool machen und dann werde ich hier mal das ganz kurz so vorbereiten dann das mit dem einmal ein boolean drauf und fertig dann werde ich den control a visual geometry to mesh damit das ganze auf ewig so bleibt und kann jetzt hier da rein gehen muss mir dann die komplette selektion auswählen so ganz schnell machen hier und zack so das ding muss wirklich ein loop sein wenn da zu viel nach außen selektiert ist funktioniert das auch wieder nicht und jetzt kann ich wie y drücken und kann sagen boolean clean up so und das ist einmal nach rechts ziehen und jetzt sehe ich hier gibt es einmal diese möglichkeit und dann einmal die andere im wesentlichen geht es nur darum welches mesh also welche wie soll ich das beschreiben es gibt einmal die innere fläche und einmal die äußere und eins von beiden wird beim boolean clean up immer drunter leiden so hier würde jetzt der die sphäre also die kugel bevorzugt werden und diese äußere form erhalten bleiben und wenn ich nochmal das mausrad drehe dann habe ich hier eben diesen diese zweite berechnung und die sorgt eben dafür dass das drinnen alles erhalten bleibt das was man meistens will und so kann man das dann machen jetzt kann man hier noch das ganze ein bisschen anpassen dass ich euch dann das nächste coole zeigen kann wir konzentrieren das nur auf die seite und es gibt aber eine symmetrie funktion eine ziemlich coole auch bei bei diesem programm also da gibt es wirklich ganz viel wer das geld über hat das ist echt eine coole sache aber für gelegenheitsmodellierer ist es nix ja so y und dann sage ich hier offset und jetzt kann ich hier einen sauberen parameter ziehen habe dort noch verschiedene einstellungsmöglichkeiten ist glaube ich die taste m ganz sinnvoll um das ganze ein bisschen zu erweitern dass eben die sachen die hier kollidieren zumindest über über einen bereich nochmal miteinander vereint werden und dafür oder damit habe ich jetzt hier wirklich einen sehr sauberen parameter dann kann ich hier drin einfach noch ein loop cut machen und habe jetzt wirklich für diesen bevel hier erstmal komplett selektierbar es ist ja schon komplett gereinigt diese ganze peripherie und ich kann jetzt hier ganz easy richtig coolen bevel machen und das ganze sieht nachher im shading zumindest annehmbar aus und gut müsste man hier nur noch ein auto smooth aktivieren oder einfach ein bevel drauf machen gerade so zack und dann schaut das ganze schon annehmbar aus also zumindest sehr nahe von dem was möglich ist und da ist menschmaschine schon cool menschmaschine hat im object modus jetzt hier nochmal andere funktionen das ist zum einen eben dass man so plugs hinsetzen kann ist ja plaks klingt immer ein bisschen komisch wie ein zahnfleisch problem aber im endeffekt ist das kein boolean sondern wie sagt er es ist eine es ist ein austausch vom mesh also es wird wirklich machen wir das mal so machen wir das mal also wir nehmen hier so ein ding nehmen wir das vielleicht ja nehmen wir das und das haben wir jetzt hier hingesetzt so machen wir das ein bisschen kleiner und jetzt müssen wir das hier dazu nehmen sagen dann y und sagen dann plug so und ihr seht der teil hier ist komplett ausgetauscht worden gegen das was wir eingesetzt haben und das ist halt mal verdammt cool gleichzeitig gibt es noch verschiedene einstellmöglichkeiten die sind zum teil dafür da wenn mehrere plaks hier gleichzeitig gesetzt werden dann muss man ein bisschen was verändern dann kommt glaube ich dieses contain rein was aber nur sinn macht wenn mindestens ein zweiter drin ist man kann dann normal transfer aktivieren und wir sehen jetzt schon das shading ist jetzt hier sehr gut wird dann zumindest in dem umliegenden bereich eben normal transfer aktiviert habe ich auch schon ein paar videos dazu gemacht haben kann ich euch nochmal verlinken also es gibt einfach sehr viel einstellmöglichkeiten und es gibt auch einige einige plaks zum setzen die eben schon dabei sind auch einige also was ich ganz toll finde ist das ding hier zum beispiel setzen wir das mal dahin könnten wir es vielleicht hier mal rüber setzen und machen was kleiner so setzen wir das da rein dann wieder y plug so und hier gibt es mehrere verschiedene objekte also einmal diesen zylinder dann die schrauben und da kommen wir dann eben zu der deformation die hat er jetzt hier schon automatisch eingestellt heißt einfach nur dass sich die sachen nochmal dieser krümmung stärker anpassen sollen sehen hier gibt es einen kleinen vorfall müssen wir schauen ob man das hier rauskriegen das vielleicht nicht deform so mal schauen subsets vielleicht maybe auch nicht so richtig müssen wir schauen was da ja ihr seht schon also auf jeden fall normal transfer ist aktiviert könnte mal schauen im entsprechenden matcap wie das aussieht und das sieht einfach mal super aus ja und es ist kein kein boolean aktiv es ist einfach nur ausgetauscht das mesh und was machen wir hier nehmen wir die ansicht gehen wir da mal rein und wir sehen wirklich das ist hier wirklich reale reale geometrie die einfach mal perfekt eingebaut ist man kann diese plaks natürlich auch selber erzeugen das die sachen dafür bringt mesh machine alles mit und was haben wir noch für den normal transfer muss man dann noch sachen machen wie stashen hatte ich auch schon mal gezeigt in einem video müsste ich sonst noch mal was dazu machen hier sehen wir create plug also es gibt einfach da es ist alles sehr übersichtlich angeordnet wie gesagt die plaks könnt ihr selber auch erzeugen ihr könnt die stashes euch anschauen ein stash ist einfach nur das gespeicherte objekt das wäre jetzt hier die sphäre wie es wie es vorher ohne plaks war und das kann dann hergenommen werden um eben das shading was normalerweise bei solchen austausch oder boolean operationen darunter leidet um das dann eben zu ersetzen zumindest vom shading her das ist nichts was wenn ihr das objekt exportiert was euch da helfen würde also ja ist einfach eine shading trick okay so schauen wir gerade mal ob ich was vergessen habe vielleicht nochmal y schauen die sachen arbeiten alle sehr gut miteinander zusammen also es gibt da wirklich sehr coole sachen hier kann man auch noch mal stashen view stashes konform bin ich mir jetzt nicht sicher normals dort haben wir wieder normal transfer wir können das ganze auch wieder zurücksetzen mit clear falls der 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 fall ist der fall ist der fall ist der fall ist der normaler transfer ist ja normalerweise ein modifier der drauf gesetzt wird auf das objekt das kann aber auch er bleibt werden dann werden die normal transfer daten also die eben diese diese shading trägt darstellen die werden dann gespeichert und die kann man eben dann wieder hier bei normals das wieder weg machen man kann ihr habt gerade gesehen auch flatten machen und straighten das sind verschiedene funktionen straighten ist zum beispiel wenn um die ecke rum bei einem bevel das shading eigenartig aussieht das kann verschiedene gründe haben dann kann man das kann man das gerade ziehen damit funktioniert auch ziemlich gut habe ich aber ehrlich gesagt ziemlich selten hier symmetrie diese symmetrie sachen und es gibt auch einen speziellen mirror modifier in mesh machine die ich aber noch nie gebraucht habe ehrlich gesagt der ist dann dafür da um spezielle mesh machine funktion eben dann auch effektiv zu spiegel zu spiegeln das ist das was der entwickler glaube ich einen einen real mirror nennt oder sowas das hat irgendwie doch so eine form um das ganze zu toppen diesen mirror modifier also es gibt wirklich eine ganze menge da kann man auch also obwohl ich nicht alles kenne kann ich dazu eine ganze menge erzählen ich verwende es nur ehrlich gesagt nicht sehr oft was würde ich heute machen ich würde es mir heute wahrscheinlich nochmal kaufen obwohl ich es nicht sehr oft verwende aber ich finde eben den boolean clean up extrem super und effizient der ist auch wirklich ein unikat und einfach diese bevel funktion die es da gibt wenn man es braucht ist es super dass man es hat ansonsten bin ich auch ganz ehrlich braucht man es nicht sehr oft aber das ist mesh machine und so plugs kann man sich tatsächlich überlegen sowas auch selber zu machen funktioniert ganz gut soweit ich das gesehen habe man kann zum beispiel so schrauben und so gedöns was ich vielleicht öfter bräuchte kann man sich dann ganz einfach selber machen und das shading ist halt schon super also normal transfer funktion kann man ziemlich selber auch leicht ziemlich leicht auch selber nachmachen aber mit mesh machine geht es halt ein bisschen leichter und ja was soll's das ist mesh machine und von diesen teuren einkäufen wird dann zum beispiel auch das tool machine tools weiterentwickelt ja davon wird ganz einfach gelebt wie gesagt ist nicht ganz billig aber kommt halt auch mehreren projekten zu gute so deckel maschinen schauen wir mal könnte man das hier eigentlich auch gleich machen machen material drauf und zwar was nehmen wir nehmen wir irgend so was dunkles hier metallic drauf passt schon und eventuell die roughness wollte ich ein bisschen runter nehmen so hier sehen wir nochmal perfektes shading das ist schon das ist schon verdammt cool und das auf einer kugel auf einer grob aufgelösten also so ok deckel maschine deckel maschine ist zugreifbar über die taste d video was ist deckel maschine deckel maschine kann mit deckels umgehen was sind deckels deckels sind kleine aufkleber sticker wenn man so will die man sich auf die oberflächen drauf packen kann es kam schon öfter die frage wie man sowas bei texturen machen kann bei deckels ist das ganze ganz einfach leichter deckels kann man natürlich auch auf texturen einfügen indem man es über das material macht aber hier geht das ganze relativ leicht und das zeige ich euch natürlich nehmen wir mal das ding hier so und es werde licht da ist es so was er hier nämlich auch noch macht im hintergrund ist das material angleichen das heißt dieses deckel hier das ist das was man deckel nennt dort wird das material auf wird das material so angepasst dass es dem worauf es platziert wird gleich warum naja hier schaut das ganze so ein bisschen komisch aus wir müssen jetzt noch mal d drücken das deckel ist selektiert und jetzt können wir sagen adjust am einfachsten oder project project jetzt in dem fall weil das ding krumm ist die sphere und jetzt gleicht er sich dem hier an so und wenn ich jetzt mal ins leere klicke dann sehen wir quasi keinen übergang das ist eben das praktische bei diesem programm so kann man im endeffekt sehr viel auch selber machen also sowas selber für ein projekt machen nur ist eben das problem wenn man das angleichen mit dem ursprünglichen material also problem kann man darüber streiten aber das hier ging jetzt einfach super schnell und ich mag das wenn ich dann ein größeres objekt habe ich schaue da mal rüber so hier im aktuellen projekt schauen wir sich das ganze auch mal an kann man einfach vielleicht hier sogar hier habe ich richtige schrauben hingesetzt wäre aber gar nicht notwendig gewesen wenn man deckel maschinen verwendet so schauen wir sich das mal an hier nochmal d gedrückt und schauen wir da rein irgendwo haben wir schrauben ich weiß es ganz genau hier sind zum beispiel welche ganz nette auswahlmöglichkeiten hier wir so was vielleicht nehmen wir das mal und das mal ein bisschen kleiner und dann haben wir das und es ist auch relativ blickstabil die sache kann man natürlich dann noch drehen was ist das y immer drehen dass es nicht ganz gerade aussieht und die haben ziemlich gute qualität also für sowas ist das super weil eine fläche ist nicht wirklich ein aufwand für die hardware so eine schraube eventuell schon muss man wie hoch aufgelöst die ist jetzt habe ich zu viel drin so tappt das jetzt da ist schon ein bisschen mehr los und ja so ein dickel braucht halt einfach keine leistung und das hat ganz cool für so unwichtige sachen hier sehen wir ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt es flimmert so ein bisschen das ist dann wenn das ein bisschen zu dicht dran ist mal schauen ob man das hier auch sehen nicht so richtig aber da kann man eben dann das decal anwählen dann d drücken und da kann man sagen adjust und da kann man das eben so ein bisschen rausheben und dann sollte das ganze nicht mehr passieren jetzt ist es stabil zu weit rausnehmen darf man es nicht weil sonst sieht man bei cycles zumindest nachher einen schatten wenn man das rendert also ist nicht ganz ohne tücken das ganze ding so schauen gerade ob wir noch was interessantes haben es gibt eben decals wo wo man emissions drauf machen kann also leuchtende materialien ist eigentlich nichts besonderes aber das wurde irgendwie eine zeit lang richtig gut gehypt und das war es eigentlich schon ziemlich hier so schriftzüge das war so gratis pack da könnt ihr mal schauen bei bei gumroad gibt es da gratis sachen das hier war auch gratis das hier ist dabei bei decal machine das ist eigentlich auch ausreichend manchmal wenn man so ein paar komische sachen haben will so hinweisschilder und ja soweit so gut was haben wir für optionen panel cut hammer panel cut tue ich mir das jetzt an ich bin mir unsicher schau mal panel cut hier habe ich einen loop schau ob das geht weil das hinten glaube ich gar nicht durchgezogen und dann machen wir das nochmal panel cut so jetzt sehen wir das und jetzt sehen wir das ist da ein decal hinzugefügt worden und jetzt werde ich hier wirklich auf die probe gestellt weil ich müsste jetzt hier sagen was das eigentlich sein soll muss man schauen ob man hier so ein panel hinzufügen können und wir können es scheinbar nicht er muss jetzt gerade das laden ok da haben wir es im entsprechenden material haben wir jetzt hier eigentlich eher so was wie ein trim sheet und ich wollte das hier eigentlich verändern also da gibt es sehr coole möglichkeiten auf jeden fall dass man da eben so ich sag mal so was wie hier ihr seht das hier na so jetzt hängt die maus hier haben wir jetzt einen eindeutigen schnitt über einen boolean beziehungsweise ist das der bevel der dann nachher diese kante erzeugt und das eben was was man mit decal machine auch machen kann ganz einfach eben über einen decal also das heißt über einen aufkleber über ein sticker frisst dann quasi kaum performance ihr könnt damit einen haufen geometrie sparen ihr müsst euch halt nur damit beschäftigen ich mache es ehrlich gesagt nicht so das ist wieder so ein addon wo ich sage das ist das ist super und ich würde es wahrscheinlich auch wieder kaufen nur ich verwende es doch sehr selten wenn man damit so irgendwelche objekte objekte ihr wisst eh so game sachen geschichten erstellen will dann ist das auf jeden fall super allerdings ist dann das exportieren auch nicht ganz so einfach also die decals die kommen dann halt drauf dann muss man das ganze irgendwie auswählen kann dort selektierungen treffen dass für das objekt was ich backen will wo ich die texturen backen will dass dann dafür separat dann eben auch die decals von decal machine gebacken werden und das muss man dann separat in einem programm nochmal übereinander legen das ist alles ein bisschen aufwendig ist nicht ganz ohne also da seid vielleicht gewarnt das ganze ist innerhalb von blender super wenn ich das ganze exportieren will muss ich allerdings ein bisschen aufwand betreiben die qualität auf jeden fall von den exporten und von den decals ist auf jeden fall sehr gut also das ist alles ganz cooles zeug da auf jeden fall auch auf die bewertungen achten wenn ihr irgendwo decal packs kauft dass die bewertungen gut sind weil da muss wirklich mit qualität gearbeitet werden alleine das erzeugen von so einem decal das wird über in der regel über geometrie dann gemacht das heißt ihr moduliert vielleicht eine schraube und macht dann daraus ein decal für eine schraube und wenn da fehler drin sind und das ganze nicht am besten alles nur aus quats besteht dann kannst du eben probleme geben dann kauft ihr das vielleicht seid damit unzufrieden also da vielleicht auf die bewertung achten kann ich euch da auf jeden fall empfehlen so nächste ist transportation so machen wir hier mal kurz das weg und dann schauen wir bei transportation rein transportation wir haben wir bekommen mit transportation sehr viele autos darum geht es hauptsächlich wir haben hier sehr viele kategorien wir haben autos geländewagen wir haben ein fahrrad sogar wir haben helikopter boot so sachen hauptsächlich aber sehr viele autos und nehmen wir hier mal ein suv und hier haben wir sehr viele gängige modelle maserati mercedes ihr kennt das jeep ja das ist so ein bisschen was was es ist ein super add-on aber wie oft sehen wir ein maserati auf der straße ich hätte mir da ein paar gängigere modelle noch gewünscht es gibt zwar was das oban wo ist oban so kleinfahrzeuge ja wenigstens das ja es sind schon ganz coole sachen was soll man sagen und wir müssen jetzt die einstellungen treffen schauen wir da mal rein erstmal das material reinladen die textur und ja tatsächlich textur hier haben wir eine checker textur seht ihr das alles ganz cool sieht von von weiten einfach sehr schön aus wie metallic lack ist eine sehr coole idee gewesen wie ich finde und jetzt haben wir hier noch die fenster nicht so richtig schön durchsichtig das müssten wir noch einstellen und zwar hier dann screen space reflections dort die reflection einstellen und dann können wir reinschauen und sehen dass wir auch sehr schönes interieur haben das kann so richtig heißt mir noch nie angeschaut hier drin aber ist doch sehr sehr schön so also quasi ganz grobe details ist völlig in ordnung für so ein auto von außen ganz besonders interessant ist hier immer die qualität wir werden folgendes machen ich will das ganze ding editieren momentan ist alles auf dieses empty geparentet und das nicht sehr nicht sehr gut deswegen werde ich hier make editable for animation also mache es editierbar für animation für animation ist ein ein bisschen irreführend ich kann hier alles machen ich kann auch die motorhaube löschen völlig egal und schauen wir da mal rein das hier unter der haube ist nix und die geometrie ist super bei dem ding also ist wirklich beeindruckend wann ist eine geometrie wann ist eine geometrie beeindruckend zum einen wenn ich hier einen doppelten subdivision anwenden kann ich glaube hier müsste ein einfacher schon drauf sein ja und wenn man den auf zwei setzen dann sieht das ding immer noch astrein aus obwohl das jetzt ein high poly modell ist und das kennt ihr vielleicht vom animieren dass wenn ihr irgendwas modelliert habt und taubt ein subdivision drauf und die ganze bude bricht zusammen wie ein ei und hier ist das halt einfach nicht hier ist es einfach nur super sogar naja gut ohne ist vielleicht ein bisschen bricht das shading ein bisschen zusammen okay aber das ist wirklich sehr gute qualität in der verarbeitung nicht nur weil es ein maserati ist sondern weil es ganz einfach sehr gut modelliert wurde und wir können dann auch noch das material dafür verändern können wir hier drauf schauen und suchen uns ein witziges material sehe ich hier so was draufklicken wird geladen und da ist es auch schon sehr witzige farbe das ist ganz schön das material auf jeden fall was haben wir noch dabei also haufen autos ne alles klar das ding ist gerickt wie ihr seht hier mal dass die bones dafür oder beziehungsweise die steuerungen und da können wir jetzt in den post mode gehen und greifen das ding hier oben an und können jetzt sehen ja da können wir drauf drücken wiederum sehr coole sache wir können lenken und wir können driften ja da geht ein bisschen was damit und hier können wir natürlich sagen geradeaus fahren und dann bewegen sich die reifen das mag ganz toll aussehen allerdings wenn ich das ding mal drehe und dann bewege na warte mal noch ein bisschen weiter so dann dann seht ihr es dreht sich nicht mehr richtig mit was das problem standardmäßig dass das ja es muss quasi auf die welt gemappt sein diese bewegung und das ist es jetzt auf die auf die y-achse quasi das heißt ich kann es nur ich kann nur in die richtung geradeaus fahren und das bewegt sich so schön wenn ich das ganze 100 prozent haben will dann brauche ich rick a car rick a car da ist ein kostenloses addon was man sich runterladen kann und installieren kann und das ist direkt damit kompatibel und dann könnt ihr die rad animation quasi animieren könnte die die frames dafür runterbacken habe ich schon mal gemacht ist ziemlich prozessor intensiv ist gar nicht so ohne und hier habt ihr eben dann die die rad sensoren die ich weiß nicht wie man dazu sagt ja kann man dann auf die oberfläche mappen auch über rick a car also rick a car ist dafür wirklich empfohlen für dieses wenn man das machen will und dann müsst ihr euch vorstellen ihr habt da eine buckelpiste und dann geht es eben auf und runter und das schwimmt die ganze zeit mit auf der oberfläche und hat dann eben ein richtig tolles fahrverhalten und ja das ist einfach super das ist es eigentlich also preislich kostet das ding 60 euro oder so ich habe es hier wieder eingeblendet eigentlich ist so ein auto hier schon ziemlich den preis wert und ihr bekommt hier weiß ich nicht ich weiß gar nicht mehr 50 60 70 autos also beziehungsweise halt vehicles allgemein wenn man noch die das flugzeug und so mit dazu rechnet also das ist schon wahnsinn das ist schon nicht schlecht dann haben wir hier noch schauen wir da mal gehen wir mal auf rendered und gehen dann auf hier ein bild was mitgeliefert wird also ein hdi map es sind hdi maps dabei kurzer fix sind glaube ich alle sogar von hdi heaven sind hauptsächlich mit straßen und wenn wir das dann mal reingeben dann legt er das an ja wie gesagt straßen das ist irgendwie dafür gedacht dass man das hier mit den autos nutzen soll es gibt backplates kann man dann wahrscheinlich auch einschalten habe ich bloß noch nie probiert ehrlich gesagt müsste man hier dann hinzufügen und irgendwo müsste dann auch landen heute will es irgendwie nicht ich kann sagen ich will einen transparenten shadow einen transparenten schatten haben dann muss ich aber cycles auf jeden fall aktivieren machen wir gerade so alles reinladen und jetzt haben wir das und wir haben hier einen schatten ist einfach nur eine plane die hinzugefügt wird mit dem shadow catcher drauf ist nichts besonderes aber deswegen kauft man das vermutlich auch nicht und bei den backplates passiert wahrscheinlich immer noch nichts keine ahnung was ich hier falsch mache ihr habt eben pro hintergrund habt ihr verschiedene backplates dabei was eigentlich ganz cool ist wenn man es dann sehen würde ja gut ihr seht schon ich verwende das nicht so oft ich finde es auch ein bisschen ein bisschen quatsch eigentlich das wirkt hier so mit dem ganzen setup als ob es darum geht ein auto hinzuzufügen ein hintergrund und eine backplate und dann ein bild davon zu machen ein renderbild aber dafür kann ich mir einen hochglanzkatalog kaufen da brauche ich das nicht also hier geht es wirklich um die autos will ich mir nichts vormachen und wenn man mal jetzt eine kleine stadt nachbaut oder sowas kann man das super dafür verwenden hat man einen haufen autos und alles ist super dafür ist das gut würde ich mir heute tatsächlich wieder kaufen nicht weil ich es auch brauche und gott ich habe mal auf mit uns die ich nicht so oft brauche aber wieder kaufen würde naja es ist einfach ein super preis leistungsverhältnis und das ist jetzt die dritte version also das dritte update es sind jedes mal ein paar neue autos hinzugekommen ähm und es werden noch immer mehr autos geriggt also es ist hier glaube ich jetzt ich bin mir nicht sicher ob jedes auto wirklich geriggt ist ähm nehmen wir einfach den hier und schauen mal ob der geriggt ist den lkw den ich ausprobiert hatte der war geriggt das ding hier ist auch geriggt also ist vielleicht eh schon alles geriggt ja alles auf jeden fall eine coole sache da ist einiges dabei und da kann man schon ein bisschen was mit machen ja so als nächstes masktools das oder ja nehmen wir das so also eine szene und ihr wollt was wollt ihr machen normalerweise wenn ihr ein komplexes material habt ihr wollt normalerweise die ecken und kanten detektieren das ist eine ganz große sache und dafür gibt es masktools masktools ist eigentlich nur und das ist wirklich so sind eigentlich nur ein paar notes ok also ähm ich nehme das mal hier ich separiere das mal und wir müssen auf cycles wechseln dafür soweit wir cycles haben so ev cycles ok das ist wichtig funktioniert nur in cycles so alles super welches material habe ich hier ich will das einfach mal kurz löschen und das müsste das gewesen sein genauso genau so jetzt befindet sich masktools hier im seitenmenü masktools so ähm war glaube ich nicht ganz billig ähm eigentlich hatte ich eine zeitlang die investition ein bisschen bereut aber es kam ein neues update und einige neue funktionen so ähm schauen wir mal also was haben wir haben einmal hier diesen ähm diesen set group mask ähm ja was macht das ding habe ich euch eh schon mal gezeigt sowas ähnliches ähm kann ganz einfach von unten her einen effekt einen anderen erzeugen wie oben wir haben wir das mal anschauen uns das an wie es hier gemacht ist sieht nicht so gut aus sind die vektoren verdreht ähm kann man das hier einstellen ne eigentlich nicht ich muss ein anderes objekt nehmen nehmen ein anderes objekt ja das sind wir einfach das hier zack so macht man da mal das ding drauf schnipp und schnipp und schnipp und den daher und so hier sieht das relativ gut das da drüben ist ein anderes material nicht wundern okay also das heißt er macht ganz einfach ähm er nimmt aus dem vektor von diesem ähm objekt den z-wert raus und macht dann halt so einen effekt der zugegebenermaßen auch sehr schön aussieht überhaupt sind diese ganzen effekte die da drauf sind von masktools sehr schön ist immer die frage ob man es gebrauchen kann ähm was haben wir noch das hier ist einfach nur äh das ist total das verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig aber hier habt ihr halt einmal quer einen streifen und einmal einen von oben nach unten für den wo quer streifen die figur ein bisschen besser betonen ähm das hier vielleicht so das spawnt immer irgendwo ist nicht gut gemacht ja eigentlich nichts besonderes so was hier ziemlich cool ist ist halt die edge detection also die eckendetektion meine güte so schauen wir da mal rein sehen wir wie sie sehen sehen wir nichts muss auch schauen ob ich hier genug kanten habe ich hoffe schauen wir mal jetzt mal die scale ein bisschen drauf drehen ja ok und das coole ist dass die eckendetektion hier wirklich sehr gut funktioniert ähm ich weiß nicht wie er das macht ich glaube man hat schon mal darüber gesprochen dass bei dem der benutzt auch nur den bevel shader dafür ne das node und ähm das problem bei dem node ist dass das eben ganz viele kleine punkte macht und deswegen kann man kaum einen harten rand erzeugen ihr seht das auch hier ein harter rand ist nicht wirklich möglich aber er ist hier schon sehr gut gemacht so jetzt kann ich das ganze einmal distorten also eben äh ne unruhig machen kann dann noch edge noise hinzufügen das heißt dass das ganze so ein bisschen verkratzt wirkt auch ziemlich cool davon die skalierung dann noch verändern dass das ganze eben noch äh kleiner aussieht cavities only dort kann man dann sagen dass das wirklich ähm auf den innen seiten eigentlich auf den außen seiten nur gemacht werden soll hier ist es jetzt scheinbar verdreht ähm und frequents weiß ich gar nicht genau was das macht also das auf jeden fall ganz cool das kann ich dann runter backen und hab dann da eine schöne maske ich muss es nicht runter backen ich kann es auch so in cycles verwenden was allerdings beim mask tool ziemlich krass ist mein rechner geht da relativ schnell in die knie also ein paar von diesen shadern und bei mir ist vorbei so und das dann auch wieder ein grund nach etwas zu backen so was wir hier hier kommt einfach alles von oben schauen wir da mal neues da hinten entstehen neues wenn ich mich nicht irre ne täuscht type und da haben wir es so ja kann man wahrscheinlich irgendwo mal brauchen und wie gesagt es sind ein paar neue dazu gekommen ich kann habe ich da gar nicht so viel dazu sagen weil ich es nicht sehr oft verwende hier bump painter also das ist schon nicht schlecht diese sachen sind immer verläufe also das ist ein not ja und dann gibt es eben das grundsätzliche das ist der haupt shader wenn ich mich nicht irre so und diese sachen gehören dann halt immer zusammen verkabelt ja ist teilweise dann recht aufwendig man kann dort jeweils eben masken reinstecken das ist eines der schlüssel sachen deswegen auch mask tool man kann dann hier eine textur eine leere textur von mir aus einstecken kann die textur dann malen und dann gibt es eben einmal den oberen bereich was ein material der darstellt und der untere bereich und dazwischen gibt es eben verschiedene übergangseffekte die man dort eben rein machen kann und das ist eben das was mask tool quasi machen will ich habe das so schon verwendet für das anlagenfall zum beispiel und habe dort gesagt auf dem großen anlagen bereich die große wo rasen und so weiter ist und sand und so weiter habe ich darüber dann zum beispiel gesagt dass eben die texturen trennen soll habe ich dann eben mit diesem tool gemacht dort gibt es eben sehr schöne übergangseffekte das ist eigentlich das ich denke aber das werden die wenigsten von euch brauchen so hier das ganze mal ganz kurz gezeigt hier geht es um diese größere oberfläche ok und da schauen wir mal ins shading rein wir haben gar keins witzigerweise machen das hier ein bisschen größer und machen da einmal den shader editor und hier sehen wir das hier ist das node von mask tools drin und hier ist in die maske eben eine textur eingestellt eingesteckt und das ist eben eine maske und jetzt habe ich hier zwei verschiedene materialien die eben dann darüber abgemischt werden schauen wir vielleicht mal kurz rein wir können uns ja die textur hier ansehen und hier sehen wir hier habe ich die straße damit getrennt und so habe ich das bemalt ok merkt euch das mal und wenn ich dann wieder auf das material drauf gehe sehen wir eben dass hier solche übergangseffekte eben auch damit eingestellt werden können hier habe ich jetzt einmal die den asphalt und einmal die andere textur und ich schaue gerade mal ob ich das hier finde und zwar refine ist das glaube ich können wir eben sagen wie scharf dieser übergang dann sein soll und das ganz witzig gehen ein stückchen weiter weg so dann kann man das dann einstellen und kann dann eben auch sagen zum beispiel distortion dass das ganze ein bisschen feiner sein soll beziehungsweise eben dann mehr verquirlt ineinander die skalierung dafür kann man dann verändern für diesen effekt das ist schon alles nicht schlecht wie stark soll dann der bump effekt sein und so weiter das sind so sachen die mit diesem tool ganz gut funktionieren nicht oft verwendet ehrlich gesagt aber ja ich habe damals gedacht das ist ganz cool wo es sehr sehr teuer ist muss man sagen also ich weiß nicht würde ich mir heute noch mal kaufen dass es ist für mich ganz gut insofern dass ich sehen kann was da noch alles möglich ist bei notes weil diese notes hier drin die gemacht sind ist ja nur eine gruppe und kann da reinschauen das ist schon nicht schlecht ist nicht schlecht ähm aber ich würde es jetzt nicht für jeden anwender sehen wenn ich da nicht so neugierig wäre für immer wieder dass ich was neues sehe und was neues lernen würde ich es mir auch nicht kaufen also für produktive arbeit verwende ich es eigentlich nicht in den tutorials vom entwickler zeigt er eben wie man damit spielobjekte sehr gut machen kann weil man dort ganz einfach unterschiedliche layer damit sehr gut erschaffen kann dass das stimmt das ist auf jeden fall für sowas könnte man das nehmen also man kann dann auch die höhe der bump map ein bisschen besser festlegen und so sachen also ist vielleicht für so spiele geschichten also so nach dem motto ein ersatz für substance painter kann man das dann vielleicht eher hernehmen für mich selbst ist es nur eigentlich aus neugier aus neugier und ich habe nachher gesehen für das wie ich es mir vorgestellt habe werde ich es nicht verwenden können einfach aus dem grund weil es recht performance lastig ist und viele der notes eben nur in cycles funktionieren gut sollte das dazu das war jetzt ja das letzte video das dritte video und ich hoffe es hat euch gefallen und ihr habt ihr habt hilfe bekommen bei der kaufentscheidung ihr kennt jetzt meine meinung zu jedem einzelnen addon und vielleicht hilft euch das ein bisschen bis zum nächsten black friday und damit beende ich dieses video macht es gut bis zum nächsten mal ciao